Und wir sollen den orangen Punkt auf minus 0,6 auf der Zartengerade bewegen. Der Punkt hier ist bei 0 und das ist minus 2, das ist positiv 2. Also jeder von diesen großen Strichen scheint 1 zu sein, minus 2 und das ist minus 0,5. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr weiter als minus 0,5. Wer ein Zehntel weiter nach links ist, scheint mir gut auszusehen. Ja, das stimmt. Machen wir noch 1. Bewege den orangen Punkt auf 1,9. Das ist also die gleiche Skalierung hier. Und das ist also 1, das ist 0,5. 1,5 und 1,9 ist ein Zehntel weniger als 2. Ja, das scheint hier zu sein. Und ich nehme mal an, dass das Ganze hier eingerastet ist auf Zehntel und das sieht ziemlich gut nach 1,9 aus. Machen wir noch 1. Bewege den orangen Punkt auf 0,5 auf der Zartengerade. Wir haben die gleiche Skalierung hier. Wir haben also hier 1, also ist 0,5 die Hälfte auf dem Weg und wir sind fertig. Wir haben jetzt auch hier 2,5 die Hälfte auf dem Weg und wir sind fertig. Okay.